So, haaa. Es war ein Verlust nach dem anderen. Und der Tod eines jeden, der dabei half, meine Heimatstation zu verteidigen, war ein Nadelstich in meinem Herzen. So. Da sind wir wieder beim Metro und der Pumpstation. Wieso ist es jetzt so dunkler? Wir müssen die Tür öffnen. Wunderfug. Er hat mir ein paar Minuten. Okay, los. Whatever, ähm. Hallo, Freund. Die Gasmaske. Ähm, naja. Oh ja, dankeschön. Ist halt aber nett, ne? So richtige Kollegen und so. Was willst du? Ich hätte, glaube ich, wieder hinhören sollen. Was? Ah, nee, der, der, der. Entschärft nur. Das gehört so. Ja, das Gasmaske. Äh, ja, ganz, 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 ganz. Weil ich bin so ein richtiger Rage-Lau, ne, Leute? Ich, 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 ich kann, ich kann Tiere verkloppen. Also nicht Tiere, sondern Unholde. Böse, böse Unholde. Euch zum Beispiel. Zieh deine Waffe nicht weg. Jetzt geht doch! Überprüfen Sie den Teich. Ha, ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Ja, oh Mann. Ist wieder ein Teich. Was? Ich kann durch Kisten durchlaufen. Oh, lol, lol, lol. Alles frei. Gehen wir. Okay, der Teich ist frei. Okay, geht. Und? Oh, ho, 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 ho. Aber die hat mir irgendwie richtig gefallen. Sorry. Okay. Okay. Sehr frei finde ich das hier nicht. Also, okay, ihr seid, ihr seid die... Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Okay. Dinosauri ist im Krieg. Ach was. Jetzt tötet das Vieh doch, ey. Kollege. Kollege, helfen. Oh, fuck. Das ist ein Pottetat. Oh, teleporting. Okay, irgendwie. War die Waffe. Au. Nom, nom, nom. 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 Ah, wer ist tot? Na, ihr führ euch. Darb doch früher nach. Was darf die Kacke nach. Alles nachladen. Alles nachladen. Meine Kollegen beschützt mich. Wieso sollte ich eigentlich... Hallo. Kommt ihr her. Hierher, ja. Hallo. Vorsicht, Männer. Vorscheiße. Feuer, flach! Kann er sein, dass ich in Eisen rein muss oder so? Hat er gehört oder irgendwas gesagt oder so? Au, 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 au. Kulululul. Okay, ist gut. Bäm, bäm. Hä? Können wir machen. Und zielen können. Oh, ja. Hallo. Alter, voll die Spinne. Boah, wo spinnig hat. Hallo, Mr. Humpelmann. Irgendwie ist mir das zu. Sehr gut. So, wie schön war. Oh, wie schön. Boah. Eine Katze macht gerade die Tür kaputt. Und hierher. Auch schön. Ich schleiche mal. Vielleicht. Man weiß es nicht. Vielleicht hilft es ja. Nom, nom, nom. Warte mal. Not. Ich will nur mal es probieren. Da kann man nicht werden. Wenn ich jetzt laufe. Okay. Äh, wahrscheinlich hätte man doch gegen die Kämpfe müssen. Sowieso nichts mehr. Wunderschön. Sieht ganz so aus. Ja, aber hier kommen. Die Ohren ist scheiße. Tret sie doch ein. Äh, deine Waffe getötet. Fick dich, ey. Au. Was war das? Wir versuchen zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Ähm. Ja. Oh fuck. Was zum. Au. Aha. Ja, okay. Ich glaube, wir sind hier wieder in so einem Bereich mit Mr. Unbesiegbar. Whatever. Okay. Ja, witzig. Und so. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich langlaufe. Leute, boah. Hier kommt das wie ich wieder. Ja, ist wieder so eine richtig freudige Geschichte hier. Jam, 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 jam. Ja, wunderschön. Ich glaube, das ziehe ich mal ab. Ah, doch nicht Mr. Unbesiegbar. Ha? Hehe. Hi. Was zum ehrlich gesagt, hätte ich darauf verzichten können. Warum musstet ihr sowas hier bauen? Könnt ihr nicht einmal in eurem ganzen Leben Dachte ich's mir. Wahrscheinlich musste ich den gar nicht töten oder so. Ich mache es mir wahrscheinlich wieder so richtig unnötig schwer. Naja. Ja. Mhm. Tür und so. Du bist eine Tür. Okay, da muss ich, glaube ich, runter. Oh, Maus packt. Ja, anscheinend. Dann gehe ich jetzt erstmal noch da lang. Okay, ich glaube, ich habe, indem ich das Viech getötet habe, habe ich mir einiges erleichtert hier. Obwohl das Viech Scheiße ist. Ähm. Man nutzt halt schon. Oh, sieben Minuten schon. Das ist ja eine gewaltige Zeit. Man möchte es kaum glauben. Jetzt gehe ich aber doch wieder da lang, wo ich hin muss. Holololo. Und runter. Schön. Nicht. Ja. Der sagt, ich muss hier lang. Schön. Oh. Was, 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 was? Was zum... Was war das? Okay. Das ist nicht... Okay. Okay. Oh, Leute, das ist... Ah. Ich verstehe schon. Diesmal denke ich mal in diesem Spiel mit. Man möchte es kaum glauben, ja. Ja. Genau. Dachte ich es mir. Die sind ein wenig Lichtscheu. Kann ich wieder vermutzeig fahren. Äh. Ich will hier lang. No. Maus. Hör auf, rumzupacken. Backel, backelkuchen. Ach, young. Oh, viel. Hau ab. Alter. Maus jetzt aber ehrlich. Im Ernst. Gleich kriegst ein Keks. Aber nicht so von der guten Seite. Sondern von der... Glibber-Sorte. Wolle war. Hier lang. Ganz klar. Oh, lol, lol. Hier geht es nicht lang. Widelf. G, g. So. Ah, ich muss hier wahrscheinlich rundschauen, ne? So, Kollege. Nicht so der glückliche. Ah, ja, das sieht gut aus. Da haben sie sich die Mache wieder... Okay. Ah, ich dachte, ich wäre schon... Ah. Collegas. 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 Gott sei Dank. Du lebst noch. Nö. Wir haben uns Stefan verloren. Stefan. No. Hey, Ruhe. Ruhe. Was ist denn? Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. Oh. Nein. So, so, so. Okay. sieht nach einem automatischen system aus das schaue ich mir mal ja bitte irgendwie habe ich einen gottes gefühl kann ja ich weiß es geht ja durch mich durch die glitsche kommen fahren wir fahren warum mit dazu die dumpel die losgehen sich mal und das licht aus wir machen uns los tour